Einen wunderschönen guten Tag Wolfsburg! Alles klar bei euch? Ja! Schön, dass ihr da seid, auch hier in Settorik, die nicht so schön ist, ja. Aber es ist sehr schön, dass ihr da seid. Für uns ist es sehr schön, auf einen zweiten Tag hier in Wolfsburg zu sein. Und da auch sehr viele neue Gesichter da sind, möchte ich noch mal erklären, wie auf den Namen ihr was haben gekommen sind. Viele von euch wissen das, glaube ich, oder? Ja! Okay! Und zwar, die ersten beiden Buchstaben jeweils von uns ergeben diesen Namen ja mal Samir. Weiß denn jemand, dem die letzten beiden Buchstaben M und das I gehören? Ich dachte, ich schätze. Ich dachte, ich schätze, Miriam. Ich dachte, ich schätze, Miriam. Miriam, das darfst du einen Riesenapplaus, liebe Miriam! Dann haben wir hier das M und das A. Das Ma von Yamakami. Und wer ist Matt? Wer ist Matt? Wer ist Matt? Dann haben wir das J und das A, den Anfang. Die ersten beiden Buchstaben. Die! Das ist der? Der? Wer ist das? Ja. Wie heißt die denn? Jama! Richtig! Das ist die liebe Jazz! Applaus für die liebe Jazz! Ja! Und für die letzte war T.A. Wie gehört das? Tama! Nee, wer ist Tama? Tama! Sehr da, ne? Ja! Applaus für T.A. Tama! Okay. Die Wolfsburg, das heißt also, jetzt haben wir, jetzt haben wir die Namen, jetzt haben wir Ma, V, Tama, Ja. Ja! Ist das richtig so? Ja! Ja! Wie heißen wir denn richtig Wolfsburg? Ja! 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 Also, wie heißen wir Wolfsburg? Ja! 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 Okay, jetzt geht's weiter mit dem nächsten Song von uns.